Liebe Leute, ich grüße euch zurück mit New World und ich bin hier im Windkreis und habe aber nichts weiter da. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Suche den verschollenen Trupp an folgendem Ort, Rohrkolben schwämme. Was haben wir da hinten? Ich denke, das kann ich mal eben in Angriff nehmen. Erstmal ein bisschen reinkommen. Sehr schön. Was haben wir hier? Infiziert mit dem Summen. Ich bin fast fertig mit dem Buch. Heute konnte ich mich nicht mehr auf die Worte konzentrieren. Ich beschloss, spazieren zu gehen. Ich wandere am Rand des Waldes entlang. Ich summe eine Melodie. Wenn ich die richtige Harmonie treffe, ist es fast so, als könnte ich eine ferne Musik hören. Wie das Meer in einer Muschel. Ich höre einen Rhythmus. Ich habe ein Schemmel. Okay. Schauen wir mal, wo diese Schwemme hier ist. Wie heißt das? Ohrkolbenschwämme? So, das ist gleich hier oben, hinter dieser Anhöhe. Dann schauen wir doch mal, was es da gibt zur Rettung. Ich kann mich nicht erinnern, von wem ich das angenommen habe. Verschuldener Trupp. Da unten. Oh, der Hase, sorry, stand zum Weg. Oh, fehlt dir der Schrei? Kann ich den auch ausnehmen? Nee, kann ich nicht. Aber so können wir was machen. Ohr. Oh. Ohr. 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 Hier haben wir noch einen Proviantlager. Was gibt es da für mich? Zucker, Milch. Der ist erschöpft, nachdem er so geschrien hat. Wie viele haben wir? Einer fehlt noch, der hier. Hm? Der ist erschöpft, nachdem er sich in den Händen. sehr schön Ach, der ist ja riesig, dass der ich jetzt erst Ich dachte, das wäre die Perspektive Sammler-Medics-Bericht von Oberstes Speer-Medics So, jetzt habe ich aber das doch noch nicht gelesen, oder? Wo ist das denn? Ach, hier Da Nee, das ist es nicht So, ist irgendwas in der Nähe? Vier Reise nach Aldertor Oh, es geht's Oh, es geht's So, schauen wir mal Was haben wir da? Ach, der Bär Oh, ja, stimmt Ja, da bin ich gespannt, ob das derselbe ist Hier haben wir ein bisschen Verderbnis Sollte ich doch hinkriegen, oder? War das nicht irgendwie so? Kann ich das nicht? War das nicht so? Brauche ich dafür was Bestimmtes vielleicht? Na, dann eben so Hmm Oh. Na, ich glaube, der folgt mir. Das klingt so, als wären hier noch ein paar Schritte. Ja, da kommt einer, aber ich glaube, der hängt gerade fest. Ich glaube aber, dass hier ein bisschen was zu machen ist. Stufe 25. Oh, da mache ich ja gar keinen Schaden. Nee, schau. Das kann ich nicht riskieren. Das kann ich nicht riskieren. Ja, ich muss weg. Ho, ho. Wo ist denn die vier jetzt hier oben? btbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbtbt Böyle. Oh,op. Was ist das denn für ein Vieh? Alter! Kann ich den ausnehmen? Tatsache. Ja, der Bär ist ein Stückchen weiter links da drüben, aber ich kann, glaube ich, wenigstens mal schauen, welche Stufe das hier hat. Gruppe 5, Stufe 25, ciao. Soh, hier. Aber ich habe nur noch einen Weg, die Stratus zu verlieren, liebden wir wieder so, wie es der steht. Und dann alle Schmerzen. Das ist das. Ich bin schonmal. Ich bin schonmal. Also, das ist es erstmalig. Was ist das? ja doch das ist aber die hürde glaube ich hallo betritt den bau und töte kratzer ich nehme an ich muss jetzt warten bis er wieder gespawnt ist denn ich glaube das ist die höhle die ich hier schon mal hatte besser besser Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Sehr schön. Es wäre erledigt. Makellose Bärenkralle. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ui, was ist denn hier los? Hoho. Okay. Ein kleiner Granatwerfer. Ich brauche lieber noch ein bisschen hier vor allem. Fehlt mir bisher die Meistererfahrung, glaube ich. Ja, zwölf gerade mal. So, da haben wir den. Da hat mich aber jemand bloßgestellt. Diesen Bären zu erlegen war bei Leibe keine Kleinigkeit. Du hast den Leuten hier wirklich eine Last von den Schultern genommen. Vermutlich sollte mir das zu denken geben. Zack, vielen Dank. Stufe 19. Vielleicht sollte ich etwas mehr in der Siedlung anpacken, weißt du? Sandris da drüben führt interessante Selbstgespräche. Wovon hat er da geredet? Ich weiß nicht so recht. Ich meine, er murmelt ständig irgendwas vor sich hin. Aber es klingt, als wolle er irgendeinen Sprengstoff gegen die Verderbnis herstellen. Soll ich ihn danach fragen? Das ginge zwar, aber ich wollte ihn eigentlich mit ein paar selbstgemachten Zunderbüchsen überraschen. Wenn du mir die Materialien besorgst, erledige ich den Rest. Ich meine, wenn ich irgendwie helfen kann, sollte ich das doch auch, oder? Jawohl. Sammle Feuerstein folgendes Feuerstein-Splitter. Sammle am See Rohrkolben Kopf. Mhm. Der Trupp aus Königsfels war also schon ausgelöscht, als du eintrafst. Die armen Kerle befinden sich jetzt bestimmt in den Reihen der Verlorenen. Abgeschlossen. Die Wahrheit ist, dass Königsfels einer Zusammenarbeit besonders ablehnend gegenübersteht. Ich frage mich, ob einer unserer anderen Nachbarn wohl empfänglicher für den Vorschlag ist. Ich könnte mit ihnen reden. Das wäre klug. Du kannst unser Gesandter sein. Ich denke, erstes Licht könnte demgegenüber offen sein. Ich weiß auch schon, was wir ihnen als Geste unserer guten Absichten schenken könnten. Was für ein Geschenk. Erstes Licht soll Steinblöcke benötigen. Sammle, kaufe oder klaue welche, wenn es unbedingt sein muss. Aber wenn du diese Steinblöcke zur Wachtmeisterin Oaks bringst, wäre das zumindest ein guter Anfang. Ich weiß nicht, wofür sie die Steine benötigt, aber es scheint wichtig zu sein. Erstes Licht befindet sich weit im Süden. Mach dich auf eine lange Reise gefasst. Reicht da nicht schon? Ich sage, machen wir erst mal auf hier. Mhm. Hallo? Wie? Alles weg. Okay. Sehr schön. Das ist natürlich ärgerlich. Pataler, das ist doch schon mal was. So, ein ganz guter Hinweis von euch im Kommentarbereich. Alles, was man hier im Lager hat, wird automatisch rausgenommen, sobald ich etwas fertige. Also ich muss das nicht immer an mir haben. Was natürlich super ist, obwohl, das kann ich doch auch zerlegen hier. Obwohl, das kann ich, glaube ich, verkaufen. Hier, das natürlich. Obwohl, die Steine, ja genau, sehr schön, da ist die Markierung. Die sind ja Teil der Missionen. Zwei Kilometer in den Süden? Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Das reicht vielleicht für 20, super. Landwirtschaftliche... Landwirtschaftliche Pflanzen. So, hier ist das Startgebiet. Aber das ist ja... Das ist jetzt die Frage. Da werde ich so nicht hinkommen, oder? Oder doch? Doch, vielleicht schon. Vielleicht komme ich da einfach so rüber. Aber... 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 Schwimmen geht nicht... Schwimmen geht nicht... Aber... 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 Das ist natürlich auch eine fiese Nummer... Dass ich hier... Dass ich hier durch dieses 25er-Gebiet oder so muss. Aber... Aber... Jetzt will ich es auch sehen. Hier auch 23. Hier auch 23. Denn... Ich glaube, ich entscheide. Hier auch noch. Hier auch noch. Einiges an! Besteinsplitter, da haben wir es ja sehr, sehr gut. Mhm, sehr gut. Das funktioniert hier ja ohne Probleme. Einer noch. Super. Rohrkolbenkopf. Ach, wie gut das aussieht. Das ist sehr schön, sehr stimmig irgendwie. Das Licht gefällt mir. Ja. Und 60 ist das maximale Level, was man erreichen kann, so wie ich das verstanden habe. Gibt es denn da irgendwie jetzt Pläne, dass das höher gestellt wird, weil 60, also ich meine, ich bin sicher, das dauert noch eine ganze Weile, bis ich auf 60 bin. Aber ist ja auch interessant zu wissen, was Leute machen, die das von Anfang an gespielt haben. Ich meine, wenn da so ein bisschen der Anreiz fehlt, oder nicht? Was ist denn jetzt? Wieso heilt er sich denn? Was ist denn hier heute los? Ich kann ihm nicht mehr schaden. Jetzt wieder. Au. Tschüss. Schwarzer Alligator. Ist das nicht das Zeug, was ich sammeln muss hier? Nee. Leider nicht. Weiß ich doch. Also hier nochmal Geschick und nochmal ein Punkt geht oben auf 68, 168. Verstehe, das macht in dem Fall keinen Unterschied. Kann der nicht schwimmen? Das ist ja äußerst merkwürdig. Gut, dann geht's halt außen rum. So, hier haben wir was. Was wollen wir denn? Ballistischer Vorteil. Dafür habe ich doch gar keinen Dings, oder? Nee, ja. Endschlag. Wenn du einen Gegner mit weniger als 30% Gesundheit triffst, versuchst du 50% mehr Schaden. Du verursachst bei verlangsamten Gegnern. Hm. Erfolgreicher Schwierangriff verleihen dir. Letzter Angriff in deiner Serie Leichtangriff verursacht 2 Sekunden 20% von Langsamung. Ein erfolgreicher Treffer mit einem schweren Angriff entfernt eine Schwächung von dir. Wenn du mit einem Schild blockst, werden alle Abklingzeiten von Schwert und Schildwürdig um 1% reduziert. Okay. So, wie geht's das? Was ist das? Okay. Na komm. Zu früh, zu früh aus der Deckung gekommen. Komme ich hier rein? Oh, die hat mich schon gesehen. Na, vielleicht doch nicht. Ach, da ist sie doch. Hier ist nichts mehr? Doch, wollte doch sagen. Wird doch was sein. Akane-Stickerei. Was, Lego? Oh, ja. Drahtige Fasern, naja, die habe ich aber jetzt auch schon mal. Ah, ist das das hier vielleicht? Nee. Oh, Kolbenkopf. Lass mich erstmal kurz sammeln, bitte. Tada. Ist ja ungeheuerlich. Ja? Da. Was ist das? Bevor ich das vergesse. Ach, wie schön das hier ist. Da steht jemand. Das ist doch das Symbol, wenn ich etwas erledigt habe oder nicht. Was macht sie denn schon hier? Was habe ich denn... Oder er? Das ist doch wieder irgendeine Angelaufgabe. 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 Ja, das scheint so. Kreide-weißes Kaninchen. Ich dachte, es gibt irgendwas Besonderes raus. Irgendwas, dass man sagt, Kreide-weiße Kaninchen sind besonders schnell. Eins zu fangen ist gar unmöglich. Aber ist leider nicht so. Der Respawn-Punkt ist jetzt schon außer Reichweite. Oder ist das? Okay. 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 Hm. Was bringt mir eigentlich Wasser jetzt mal ehrlich? Also ich muss das doch nicht trinken, oder was? Reines Lösungsmittel? Mach ich das denn überhaupt? Hier. Kochzutat kann konsumiert werden, stellt jedoch nur eine sehr kleine Menge Gesundheit wieder her. Okay. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass ich da dieses Fass nicht zum Explodieren bringe. Was haben wir hier? Nee. Kann ich diese Bäume fällen? Ausgewachsener Baum, 50. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall mal so eine Stunde Zeit nehmen und wirklich ein bisschen EP sammeln. Hm. 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 Ja. Leider haben wir dafür gerade keine Zeit. Wir müssen hier intern ein paar Dinge klären. Danach würde ich aber gern mit dir verhandeln. Ich werde diese Geste nicht vergessen. Okay. Warum stellen die Menschen in Notzeiten immer gleich ihre Anführer in Frage? Das werde ich wohl nie verstehen. Was hat es denn hiermit nochmal auf sich? Schafjäger gesucht. Eier, so Sachen, das ist aber ein bisschen Kohle zu verdienen. Okay. Was? Gebietsplanungstafel. Mhm. Oh, cool. Cool. Samme gegrüßt, Marodeurs Kamerad. Und wir werden niemals aufgeben und letztlich werden wir siegen. Okay. Damit kann ich mir in der in der Fraktion hier ein bisschen Ansehen erkämpfen. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, das ist leer. Das ist ein ganz netter Ort. Der gefällt mir tatsächlich. Hier ist ein Spawn-Punkt. Ach, von dem kann ich jetzt nur oder ist der schon freigeschaltet? War das nicht so, dass ich mich dem nähern musste? Der hat noch Aufgaben für uns. Ja, Leute. Ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Das wäre jetzt ein bisschen zu groß für noch mehr Minuten hier. Da will ich mir dann auch die Zeit nehmen und hier und da kleine. Und ich habe ja auch noch jede Menge Missionen, aber macht auf jeden Fall weiterhin richtig Bock. Ich habe richtig Lust, diese Welt hier zu entdecken und wir werden sehen, wo es mich in der nächsten Folge hinführt. Also macht's gut. Bis dahin. Ciao.